Hallo! Sicherlich hast du schon einmal etwas von Heuschnupfen gehört und bestimmt hast du auch schon bemerkt, dass im Frühling viele Menschen häufig niesen müssen und tränende Augen haben. Aber hast du dich auch mal gefragt, was bei einer solchen Allergie im Körper passiert und warum nur einige Menschen Heuschnupfen haben? Genau das zeige ich dir in diesem Video. Heuschnupfen ist eine Allergie. Von einer Allergie spricht man, wenn der Körper auf einen eigentlich ungefährlichen Reiz oder Fremdstoff eine heftige Immunreaktion zeigt. Bei der Heuschnupfenallergie sind diese Fremdstoffe Pflanzenpollen. Das Immunsystem reagiert dann so, als ob es sich um eine gefährliche Substanz handelt, wie etwa einen Krankheitserreger. Menschen können gegen die vielfältigsten Stoffe allergisch sein. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com. Bis zum nächsten Mal, nein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.